Wenn ihr euch eure Speisen gern servieren lassen möchtet, könnt ihr in unserer Galerie einen Tisch ab sechs Personen reservieren. Dafür bestellt ihr euer gemeinsames Wunschgericht online vor. Wir decken den Tisch ein und servieren euch die vorbestellten Speisen und Getränke. Trinkwasser ist in Krügen eingestellt und selbstverständlich kostenlos. Ganz im Stil eines traditionellen großen Küchentisches gehalten hat jeder Tisch Platz für sechs bis zwölf Personen. Das schafft eine familiäre Atmosphäre für eure Gruppe und die gemeinsame Mahlzeit wird zu einem besonderen Erlebnis. Wir sorgen für die perfekte zeitgemäße Einkehr am Berg und freuen uns auf euren Besuch. Bis bald am Lumberjack.